Hier steht. Hurra für Wunder. Geschafft. Gute Arbeit. Erstmal anmachen, Alter. Tschüss. In Bewegung bleiben. Vision von Vorrichtung. Ja, okay. Ihr seid ja super. Und? Nein, okay. Und? Okay, nein. Aber ich werde erst mal reisen und zwar zum Feuerband schreien. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie. Und ich habe keinen Bock, auf irgendeine Überraschung zu treffen. Das ist überhaupt nicht meins. Überhaupt nicht. Oh, schau mal an. Wer bist denn du? Ah, ich weiß dich. Du hast schon ein paar Zeit. Ich habe gerade in den Kopf, um zu sehen, wie sie geht. Cool. Ich verstehe nicht. Er tut sie quasi nur... ...naja, beschimpfen und... ...das war's. So, du hast mir sicherlich was Neues zu sagen. Du hast die Lorde von Cinder... ...die Undead-Legion... ...undead-Legion... 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 ...blah, blah, blah, blah... ...der ganz besonderen Art und Wolfsblut gab ihnen genau, was sie brauchten. Dieser Ring versteckte im Effekt noch weiter. Geiler Scheiß. Ich werde mal die Asche hier bei ihr abgeben. Ah, well, Helm... ...undead-Legion... 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 ...ich werde jetzt zu ihr gehen... ...zu der Maid. Vielleicht kann sie mir... ...weiter helfen. Okay, du hast auch nichts Neues. Okay, was will ich jetzt mit der Asche, Alter? Ich hab die Asche von... ...Heiliger Bim Bam. Wo ist sie denn? Hier. Hm... Ich muss... ...ich muss die irgendwo... ...irgendwo abgeben. Bestimmt. Ja, könnte ich aufwerten. Will ich noch nicht. Ich... ...vielleicht dieser Händler. Auch nicht. Alles klar, dann weiß ich auch nicht. Dann ist mir auch egal. Weil ich kann mir schlecht vorstellen, dass ich's... ...bei Julia... ...Juria... ...ich glaub, sie heißt Julia abgeben muss. Ne, auch nicht. Sie will's auch nicht haben. Ich hab 18.000 Seelen nur. Hm. Ja, ich hab keine Ahnung, Leute. Wo ich die Asche abgeben soll. Ist mir auch egal jetzt. Aber ich habe mir die Rüstung gegönnt. Ich nehm mal angucken. Ja, mal angucken. Kann ich's tragen? Bin ich... 71,4. Ich glaub, da muss ich auf andere Handschuhe umsteigen. Gibt's bessere? Scheinbar nicht. Schöner Umhang. Wirklich schöner Umhang. Gefällt mir. Diese Adern. Oder diese Bäume? Ich weiß nicht. So, dann werd ich mal, glaub ich, auch schnabulieren. Ich glaub, ich hab was... Nein, ich hab nichts mehr. Gut. Einmal leveln. Oder? Einmal ja. Ne, nur einmal. Das ist voll wenig. Was geh ich denn? Ich geh auf Vitalität. Leben ist gut. Verabschied, Ashme, der Flamme. Und ich könnte mir vielleicht eine Waffe aus den Boss-Seelen machen. Aha, du hast zurückgekehrt. Und ein schöner Tag, es ist. Also... Ah, der 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 illustriere Lordseeker. Oder, würde ich sagen, Lord Slayer? Fine Kindling for the Throns, is it not? Each soul truly worthy of Lordship. Echt? And all slain by thy hand, to bind them to their Throns, even in death. Alles klar, okay. I have no qualms. For us, in fact, we think we must help these poor lords. Alles klar, Wandlung beginn. Was können wir denn? Wir können jetzt endlich diesen Felsbrockenhagel... Ja, okay. Oh, Farron Großschwert. Das ist das Ding, was der Typ getragen hat. Aber dafür haben wir nicht genug Geschicklichkeit. Ähm, Seeleines Demons haben wir immer noch nicht, okay. Was kennen wir denn? Das ist ja... Langweilig, wir können hier gar nichts, Mann. Was ist das hier? Großstückwert des Wolfritters. Wow. Das wollte ich aber nicht. Ich will irgendwas, was... Ah, ich weiß auch nicht, was ich will. Havels Ring, ja. Es ist ein schöner Ding, aber... Soll ich mir vielleicht das Ding gönnen? Also wirklich hier? Das, da soll ich mir das gönnen? Ich weiß nicht so recht, Leute. Mir gefällt alles nicht so wirklich. Ich könnte den Raptier benutzen. Magieschaden. Ja. Ist zwar schön und gut, aber nicht so meins. Genauso wie das Ding. Also irgendwie gefällt mir gar nichts von hier. Ich weiß auch nicht. Alles so... So kacke. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Alles nicht so meins. Wir werden eine kleine andere Kleinigkeit, Doppelpunkt, Fragezeichen erledigen. Und zwar, wir werden... Jetzt kurz überlegen, wo das war. Ja, ich glaube, das war hier. Wir werden etwas abholen. Denn ich weiß, wenn er im Nexus ist, ist er danach dort, wo man ihn das erste Mal sah. Ähm, tot. Also an diesem Kerker. Der Umhang ist echt nice. Gefällt mir. Mit den Schwarzritter-Gamaschen ist schon geil. Spring halt noch weiter, Mensch. Nerviges Mistvieh. Dieser lange Umhang lässt uns größer erscheinen, als wir wirklich sind. Alles klar, jetzt muss ich nur noch an den Tontöpfen hier vorbeikommen. Boah, voll ins Gesicht. Oh, der ist aber... Oh, ich sehe nichts. Ich habe dich von innen gesehen. Das war ziemlich erschreckend. Alter. Alter. Möö. Mama. Alter. Abfall. Alter. Ja, nett. Halt, Moment. Da ist ein Unterschied zwischen wertloser Abfall und Abfall. Ne, ist beides wertlos. Okay. Doch nicht. Ich habe gedacht, ich hätte schwören können, dass... Ach, nee, Quatsch. Stimmt ja. Ey, der muss erst aus dem Nexus weg sein. Oh, fail, Alter. Jetzt bin ich hier umsonst hin marschiert. Der muss dort erstmal komplett verschwunden sein. Dann kann man... Wir werden aber etwas anderes tun. Ich werde mir jetzt nämlich... Einige Sachen kaufen. Und zwar... Ich werde mir... Ne, vier Stück. Was soll ich denn damit? Nochmal vier. Etwas hiervon gönnen. Reusper, Reusper. Oh, und... Und... Hiervon. Halt! Ja, das sind die Feuerpfeile. Goodbye. Ah, das ist gut, was ich brauche. Ja, ich kann noch gar nichts davon tragen. Das ist ein bisschen kacke, Alter. Nichts kann ich tragen und... Ich weiß auch nicht... Blöd. D, D, alles skaliert zu scheiße halt. Ich weiß auch nicht. Das ist blöd. Einfach so blöd. Aber wir werden jetzt den Drachen besiegen. Oder wisst ihr was? Ich werde vorher einen Schnitt machen. Danach werden wir den Drachen besiegen. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.